So, ich habe das Oechslinger Bergwerk gefunden, da sind die braunen Abraumhalden, da liegt das Hauwerk, das ist die Knappen von 500 Jahren aus dem Bergwerferhand. Das ist es, rechts war der Glötscher und da steht der Weg, warte auf dem Grad, dass heute den Weg richtet zum hohen Sonnenblick. Und das ist der große Glockner da drüben, mit dem Schnee, mit dem Eis. Und das ist der Sandfeilkopf da oben und das mit dem Pferdekopf, das ist der rote Mann. Und das da hinten, der hohe Zack, das ist die Goldbergspitze. Und unten sieht man noch der Gletscher, der Kleinkäs, oder wie er heißt. So, und da gehört's Nuff, Ruff. So, und da gehört's Nuff, Ruff. Vielen Dank.